Wann hast du dich das letzte Mal selbst gesehen? Also wann hast du dich, nicht im Spiegelbild, sondern einfach mal selbst gesehen aus verschiedenen Perspektiven? Wann war das das letzte Mal? Und wann hast du dich das letzte Mal sprechen hören? Hast du dir schon öfters mal zugehört und dich irgendwas sagen hören? Oder hast du dir schon mal zugehört, wie du über ein bestimmtes Thema redest und überlegt, ob das Sinn ergibt, was du dazu sagst? Und wie oft hörst du dir zu im Vergleich zu allen anderen, die du sonst zuhörst? Also hörst du vielleicht mehr deinen Idolen zu? Gibt es irgendwie mehr Familienmitglieder, denen du zuhörst? Freunde? Arbeitskollegen? Oder hörst du dir genauso viel zu, wie den anderen? Weil es ist super wichtig. Ich glaube, es ist nämlich sehr, sehr wichtig, dass wir in unserer Welt uns mindestens so viel konsumieren, wie die anderen. Weil immer wenn wir die anderen mehr konsumieren, dann wird unser Ich so klein im Kopf und die ist so groß. Wir müssen mal überlegen, wenn wir im Tag zwei Stunden jemand anderes konsumieren und uns selbst vielleicht nur fünf oder zehn Minuten, während wir uns nicht mal sehen, ja, wir sehen uns ganz, ganz oft nicht, dann ist dieser andere Mensch einfach ein Vielfaches mehr in unserem Kopf als wir selbst. Und dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir nicht existieren, weil wir lassen ja die ganze Zeit diese ganzen anderen Menschen in unserem Kopf. Wir kennen ja alle viel, viel besser als uns. Und jetzt fragt sich, wie viel von dem, was wir wissen von den anderen, macht am Schluss uns aus? Ne? Also existieren wir überhaupt, ist die Frage. Ich denke mir das auch ganz, ganz oft, weil ich sehe, dass wir, entweder wir schauen uns nicht an, wir kennen uns nicht, wir mögen uns nicht richtig zuhören. Und was ich auch ganz interessant finde, eigentlich müssen wir uns klar sein, dass wir uns noch viel, viel mehr anschauen müssten. Eigentlich müssten wir uns jeden Tag ansehen, weil wir verändern uns. Jeden Tag. Nur haben wir das Gefühl ganz oft, dass es nicht passiert. Ich habe einen Freund getroffen letztens, und der meinte, dass das so interessant ist, wie Menschen ganz oft denken über sich selbst, dass da keine Veränderung stattfindet. Wir wissen also, wie sich alle um uns herum verändern und denken, wir selbst, wir verändern uns ja gar nicht. Und dabei verändern wir uns nur so oft, wie wir uns auch sehen. Also wir können ja die anderen auch nur sehen und wissen, dass die sich verändert haben, weil wir sie beobachten. Aber wie einfach ist es natürlich, zu sagen, wir verändern uns nie, weil wir sehen uns ja auch nie. Und was man nie sieht, kann sich nicht verändern. So gut. Das fand ich so interessant, weil wenn ich so drüber überlege, wenn ich natürlich jeden Tag zum Beispiel hier einen Vlog mache, habe ich jeden Tag die Möglichkeit, mich zu sehen. Habe jeden Tag die Möglichkeit, zu sehen, was ich mache, an was ich arbeite. Und an all diesen Tagen, an denen ich selbst was produziere, sind natürlich irgendwie meine Erlebnisse und Gedanken viel, viel größer in meinem Kopf als alles Mögliche, was da draußen in der Welt passiert. Als irgendwelcher Krieg, als irgendwelche komischen, negativen Gedanken. Für mich ist es viel cooler, zum Beispiel nur einen Gedanken in meinem Kopf zu haben, der den ganzen Tag ausfüllt und diese kleine, schöne Idee groß zu machen, anstatt irgendwie zu viele negativen Gedanken einfach mal in meinem Leben Platz zu lassen. Das war so ein Gedanke, der mir kam und wo ich mich super interessant fand, weil ich kenne auch Leute, produzieren oft vielleicht nur einen Film, probieren sich auch nur einmal auf YouTube aus oder paar Male, wenige Male und die sehen sich dann nicht so oft. Und das ist sehr schwierig, aber wir verändern uns dementsprechend auch nicht so oft. Wie sollen wir uns denn jemals verändern? Wir sehen uns ja nicht und wir brauchen ja gar nicht, wir haben ja immer das Gefühl, wir bleiben gleich. It's crazy. So meine Freunde, das war ein Gedanke, aber der andere Gedanke, der ist eigentlich noch, der ist anders wichtig. Und zwar geht es da darum, dass wir, wenn wir uns selbst nicht kennen, uns selbst nicht vielleicht sehen und hören und lieben lernen und unsere Gefühle nicht zu interpretieren wissen. Weil wir konzentrieren uns die ganze Zeit nur auf die Außenwelt. Und wir wissen alle zu bewerten, aber wir kennen uns nicht. Und wir wissen nicht, wie wir fühlen. Wir wissen auch nicht, unsere Gefühle vielleicht richtig auszudrücken. Vielleicht ging das auch nicht, weil wir bis jetzt noch nie so richtig Zeit mit uns alleine hatten und nie die Zeit nur mit unseren Gedanken, weil wir die ganze Zeit versucht haben, uns auch gleichzeitig immer in diesen Momenten abzulenken. Vielleicht kann es sein, dass wir gar nicht wissen, was Emotionen so sind. Weil wir kennen Emotionen nur von dem, was wir von den anderen sehen. Also wir sehen mal, ist jemand traurig? Wir sehen mal, ist jemand happy? Wir wissen aber mehr, wie andere happy oder traurig sind, als wir selbst niemals das waren. Und vielleicht wissen wir gar nicht zu bewerten, wie das so richtig ist. Vielleicht kennen wir Emotionen mehr aus Serien und Filmen. Vielleicht kennen wir Emotionen aus Geschichten und dem, was Menschen sagen, dass Emotionen sind. Und dann leben wir in einer Welt, in der wir uns noch nie erfahren haben, unsere Gefühle nicht richtig kennen, uns ablenken lassen von allem um uns herum. Und gleichzeitig wissen wir aber meistens am besten, was die anderen fühlen. Und wissen denen auch noch zu sagen, wie sie zu sein haben. Weil wir, wir sind Superbrains. Und wir denken immer, wenn wir unser ganzes Leben lang andere Menschen beobachtet haben, dann wissen wir voll Bescheid und vergessen immer, dass wir eine Person vergessen haben. Eine Person, die weitaus wichtiger gewesen wäre, zu beachten als die anderen. Aber für unser Leben ist halt das Wichtigste, immer zu wissen, was die anderen machen. Und immer zu schauen, ob die anderen richtig oder falsch sind, damit wir uns alle in einer Reihe halten. So, meine Freunde. Falls ihr euch irgendwann entdeckt, lasst mir unten in den Kommentaren, falls man euch entdecken kann, wo man das kann. Und falls noch nicht oder ihr Bock habt, irgendwie damit zu starten, sagt Bescheid. Und ich, ich für meinen Teil freue mich, einfach in der nächsten Zeit noch mehr Vlogs zu machen. Und einfach mich mehr zu erfahren und mit euch zusammen zu erfahren. Und ja, einfach die Welt aus meiner und anderer Leute Augen zu entdecken. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch auch noch eine gute Zeit. Macht es gut, meine Freunde! Bis dahin wünsche ich euch auch noch eine gute Zeit.